Tonscharf. Wir spielen also gegen Honved Budapest U17, zweimal 30 Minuten und AK Burgenland in Rot und die Madjer Amber, also die ungarischen Leute in Schwarz-Weiß. Das ist ja nicht gewesen. Nein, also ja, aber mit Kamera halt. Ja, jetzt pfeift der Lehrbuch, der in der Linie war. Wer? Der Lehrbuch, der hat Pfeifen vorhört, und jetzt pfeift der Wachler da. Ja, na grüß Gott, der wird jetzt zugehen. Hoch, der erste Mai. Grüß Gott, der Freund. Ich schau das Mikro ab. Gut. Ich schau das. Ich schau das. Ich schau das. Schnauze. Gut. Ich schau das mit. Jochen. Vielen Dank.